Zuletzt bauen wir dann die Kupplungen ein. Ich habe hier das Merklin-System. Dafür müssen wir einmal hier die Kupplungen tauschen und herausziehen. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Kann man auf jeden Fall ein bisschen unterstützen, indem man das hier hinten so ein bisschen zusammenkneift. Nummer 1. Und Nummer 2. Und dann kann man diese Kupplungen einsetzen. Und wichtig ist, dass man das gleichmäßig macht. Und ich hatte es so gehabt, meine ich, der Stecker hatte das hier unten. Ich gucke aber noch mal wieder zur Sicherheit nach. Hier kann man das schön sehen. Die Buchse von dem Umbauwagen hat hier oben diese Greifer. Und dementsprechend braucht der Stecker die unten. Nur, dass Sie es mal gesehen haben. Und das ist ganz wichtig, dass man da drauf achtet bei diesen Kupplungen. Ja, wir müssen ja jetzt noch ein Loch bohren. Problem hier. Bis hierhin geht die Mechanik für die Kupplung. Ich hoffe, man kann das sehen, dass sich an den Achsen da was bewegt. Das heißt, wir können erst wirklich nach der Achse hier auch durch den Waggon durch, ohne dass wir da was zerstören. Und dementsprechend ist der frühestmögliche Eintritt durch den Wagenboten hier in diesem Bereich möglich. Ich nehme jetzt hier auch einen relativ großen Bohrer. Sie können natürlich einen kleinen oder einen kleineren Bohrer verwenden, so wie Sie das möchten. Das erste Loch haben wir dann damit. Ich habe mal den Bohrer doch getauscht. Gegen einen deutlich kleineren, weil wir ja hier irgendwie doch nicht so fairwärts kommen, wie ich mir das gedacht habe. Und das gleiche machen wir hier natürlich auch nochmal. Das erspare ich Ihnen jetzt, denn das ist ja doch echt eine langwierige Geschichte. Beides ist gebohrt. Dann können wir die Kupplungen einstecken. Dann können wir die Kupplungen einstecken. Da hängt noch ein bisschen Sparen. Dann schiebe ich mir das hier unten her. Ja, zum Schluss müssen wir nur noch das hier miteinander verbinden. Auch da haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich entscheide mich für die dauerhafte Lösung und verlöte das Ganze. Denkbar wäre auch noch Mikrostecker zu nehmen, sodass man das Ganze leicht lösen kann. Ich schaue mal, das sind 60 Millimeter, 6 Zentimeter Blitze, die wir hier fertig machen. Dann löten wir die Litzen auf der Platine an, die wir fertig gemacht haben. Sie kennen das ja, Verzinnen und Verdrillen und alles einfach hier anlöten. Jetzt drehen wir das Ganze einmal. Dann müssen wir hier auf der Seite die Litzen hier verzinnen. Oh. Gut. Vielen Dank. Und jetzt ist eigentlich gleich nur wichtig, dass wir keine Kreuzung bauen. Das heißt, dass wir Farbe auf Farbe anschließen. Und ich beginne mit schwarz und ich möchte gerne schwarz hier oben haben und dass das hier auch dann wieder schwarz wird. Sonst hätten wir einfach eine Kreuzung und je nachdem, wenn wir zwei einspeisende Waken hätten, dann haben wir halt gegebenenfalls den Bröttschluss. Wir brauchen Schrumpfschlauch, den kleinen, weißen, schneiden wir ein bisschen was ab, von der Rolle hier oben. Und wir müssen natürlich auch erstmal noch hier die Litzen abisolieren. Das Übliche. Ich mache das hier immer mit einem Fingernagel. Die sind so fein, die kann man mit einem Fingernagel gut abziehen und man macht dann relativ wenig kaputt. Einfach schön verdrinnen. Und... Wichtig ist jetzt den Schumpfschlauch im Vorfeld überzuziehen und dann das Ganze zu verbinden. Das machen wir dann auch viermal. Ich zeige das Resultat dann später einmal. Ich habe sogar der Akku, der Kameraschlup gemacht. Dann habe ich jetzt mal eine kleine Pause eben auch eingelegt. Ja. So sollte dann das Ganze aussehen, wenn es geschrumpft ist. Und dann können wir auch schon wieder den Waken zusammensetzen. Oh, 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 oh. Oh, 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 so. Lass ein bisschen aufziehen. Und dann einfach nur noch zusammendrücken. Gucken, dass alles an der richtigen Stelle sitzt da hier nicht, sondern hier die Leiter einmal eben drüber, dass man da nichts abbricht. Und dann zusammendrücken. Das sieht doch gut aus. Perfekt. Ja, und dann können wir auch schon eine kleine Funktionsprüfung machen. So sieht das Resultat von innen aus. Man sieht natürlich leider, dass da ein paar Litzen hergehen. Es wäre natürlich viel cooler gewesen, wenn wir auch dieses Stecksystem nutzen hätten können. Aber das hat uns Tricks leider an der Stelle verwehrt. So. Und für das Ergebnis nehme ich sie einmal hier mit. Ja, man sieht da dummerweise hier die Litzen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man es besser verlegen kann. Ich mache auch mal das Licht aus. Dann sieht man mal ein bisschen besser. Das Ganze. Ja, vielleicht lege ich den oder öffne ich den nochmal und lege den ein bisschen besser. Da kann man auf jeden Fall was machen, auch wenn man hier die andere Seite so sieht. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Ist jetzt zusammen mit dem Umbauwagen hier, mit der Kupplung, das passt. Sieht ganz schön aus, das Ergebnis. Ich denke, es kann sich sehen lassen. Und so kriegen wir da als Tricks Expressler auch ein bisschen Licht in die ganze Geschichte. Oder Licht ins Dunkle. So muss man ja sagen. Ja. An der Stelle möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. und sage bis demnächst. Und jetzt